Mein Name ist Ayhan Sabach, ich bin 18 Jahre alt und meine Position ist links außen. Meine bisherigen Vereine waren VfM Mannheim, MfC Nullach-Lindenhof, Amititia Firnheim, TSG Weinheim und dann der SV Waldhof. Meine persönlichen Ziele sind irgendwann mal Ballon d'Or zu gewinnen. Die Ziele mit der Mannschaft für die Saison ist ganz klar der Aufstieg.